...verlassen auf die Fans. Sie kann sich von der Stimmung unserer Fans auf jeden Fall wieder tragen lassen. Wir begrüßen unsere Gäste, die Schwatten vom Uhlenkug, den rot-weißen Jahrhundertspieler, Dirk Butsche-Helmich, die Mannschaft, die Betreuer, die Vertreter des Vereins und die Fans vom ETB Schwarz-Weiß. So, jetzt gucken wir mal, wer denn gleich auf dem Feld sein wird von unserer Mannschaft, von Rot-Weiß-Essen. Die Mannschaft wird vorgestellt von unserem Trainer Waldemar. Mit der Nummer 1 im Tor, Dennis. Die Nummer 3 hat Holger. Mit der Nummer 4 spielt Gierke. Die Nummer 5 ist Alexander. Unser Kapitän ist die Nummer 6, Timo. Mit der Nummer 8 auf dem Rücken, Jens. Die Nummer 11 hat Vincent. Wagner. Mit der Nummer 17 spielt Cedric. Die Nummer 19 ist Leon. Engsmann. Mit der 21 Sturm, Lukas. Und die Nummer 24 ist Mike. Auf der Bank sitzen Moritz Nibur, Victor Huschka, Suat, Tokat, Sebastian Pilch, Adrian Schneider, Patrick Putschkön und Benedikt Köhme. Und ich sag für das Mitmachen ein herzliches Danke, Danke. Bitte, bitte. Ja, jetzt freuen wir uns vorstellen dürfen, das Essener Stadtprinzenpaar. Der wird mir gar nicht vorstellen. Ole Ole Ole, Ole Ole. Gut versetzen, Ole, Gut versetzen, Ole, Gut versetzen, Ole. Ole Ole. Es nimmt im Spiel sein Glück, wie ein Mist auf Deutsch verringert. In der dichte Gessen am Ruhm hat doch nur ein Sinn gesehen. Einmal drin zu sein, im Gessen an der Ruhm. Einmal drin zu sein, im Gessen an der Ruhm. Einmal drin zu sein, im Gessen an der Ruhm. Einmal drin zu sein, soll es entstehen, was er soll. Einmal drin zu sein, im Gessen an der Ruhm. Einmal drin zu sein, im Gessen an der Ruhm. Eine Ruhm. Einmal drin zu sein, im Gessen an der Ruhm. ein paar vorstellen dürfen. Ich darf sie auch namentlich vorstellen. Es sind Prinz Gerd der Erste und seine Lieblichkeit Prinzessin Asindia Susanne die Erste mit dem Hofmarschall Klaus Zoch und Stefan Inetschko. In der Begleitung außerdem Peter Sander, Nicole Stieber und die Ritter des Frohsins. Wir freuen uns sehr, dass ihr hier seid. Ihr habt ja zurzeit das Sagen hier in der Stadt und befindet euch in eurem Herrschaftsgebiet. Das Stadion gehört hier auch zum Gebiet der Stadt Essen. Wir freuen uns sehr, dass ihr die Zeit euch genommen habt, um hier mal vorbeizuschauen. Und ich darf auch gleich Prinz Gerd dem Ersten das Mikrofon übernehmen. Bitte schön. Liebe Fans, wir freuen uns sehr, heute hier sein zu dürfen. Herzlichen Dank für die Einladung an euren Verein. Noch mal bedanke ich mich herzlich für diese Einladung. Ihr seid das größte Publikum, das wir in dieser Session jemals hatten und haben gezwungen werden. Dafür einen herzlichen Dank. Applaus Applaus Sein vierte Zeit, wir ans Kippen werden. Eure Weh! Dann kenn ich nur Brotstunde. Eure Weh! Eure Weh! Ich hab' den Himmel auf Werden. Eure Weh! Eure Weh! Schönheit kann's nicht mehr werden. Eure Weh! Eure Weh! Die Welt für mich! Eure Weh! Die Luft und Licht! Eure Weh! 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 Untertitelung. BR 2018 Und der symbolische Anstoß wird jetzt vorgenommen von dem Stadtprinzen Gerd I., in Begleitung seiner Lieblichkeit Prinzessin Assindia Susanne I. Und wir freuen uns, dass ihr hier seid und begrüßt euch an dieser Stelle noch einmal mit einem dreifach donnernden...